Warum gibt es immer noch Schulen, in denen man sein Handy benutzen darf? Warum ist es nicht obligatorisch, dass man sein Handy für die gesamte Zeit, die man an der Schule ist, abgeben muss? Sodass man lernt, ja, ich komme auch vier bis acht Stunden ohne Handy am Tag klar. Warum gibt es nicht in ganz Deutschland ein Fach Medienkompetenz? Wir setzen uns die ganze Zeit Medien aus und lernen nichts darüber. Dafür fangen wir ab Klasse 7 an, mit Buchstaben zu rechnen. Kurvendiskussion hieß das. Und wer da Bock drauf hat, ey Leute, macht das gerne, zieht durch. Aber mir ist danach nie wieder eine Kurve begegnet, mit der ich diskutieren wollte.